Hallo zusammen, wir brauchen 12 neue Atomkraftwerke. Komme ich dazu. Wir haben in der Schweiz letztes Jahr 2020 einen Energieverbrauch von 60 Terawatt. 60 Terawatt sind 60.000 Gigawatt, 60 Millionen Megawatt, 60 Milliarden Kilowatt oder 60 Billionen Watt. Das sind Zahlen, die wir nicht in den Kopf reinbringen, weil wir können nicht so weit denken als normale Menschen. Wir haben irgendwo ein Energieziel, das heisst Elektromobilität und so weiter. Wir haben momentan 60 Terawatt Energie, die wir zur Zeit letztes Jahr gebraucht haben. Wir haben eine geplante Elektromobilität, die braucht weitere 20 Terawatt Energie, wenn wir auf Benzin und Diesel verzichten. Die Nutzfahrzeuge, also LKWs, Kleintransporter, Paketdienste, also wenn ihr irgendwo online bestellt, dann brauchen wir auch noch mal zusätzlich 20 Terawatt Energie. Wenn wir da auf Strom gehen wollen, dann brauchen wir zum Ersetzen der Ölheizungen und Gasheizungen durch Wärmepumpen. Wärmepumpen ist das gleiche wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt und da habe ich ein bisschen Ahnung, was die brauchen. Und dann, wenn wir die Energie über Solar und Wind reinkriegen wollen, müssen wir das irgendwo speichern. Und speichern heisst immer Verluste und das braucht noch etwa 15 Terawatt Verluste bei der Speicherung, was natürlich auch hergestellt werden muss. Also hier noch die 60 Terawatt vom Öl und Gas ersetzen und die 15. macht ein Total von 175 Terawatt Energie, die wir, elektrische Energie, die wir in Zukunft ersetzen oder brauchen, wenn wir so weiterfahren ohne Bevölkerungszuwachs. Das braucht noch mehr Energie. Aber wir gehen davon aus, dass wir uns jetzt nicht mehr weiter vermehren. In der Schweiz ist aktuell der Stand, eben heute 60 Terawatt, Betznau 1 hat 2,7 Terawatt geliefert, Betznau 2 2,8 Terawatt, Gösken hat 8,3 Terawatt geliefert und Leibstadt 9 Terawatt. Sind zusammen diese jetzt noch aktuell bestehenden Atomkraftwerke. Mülleberg wurde abgestellt, CERN ist ein Testkraftwerk in Genf, Lüssi hat nochmal eine Kernschmelze, das ist auch schon lange weg. Die aktuellen Atomkraftwerke bringen 23 Terawatt. Bei 60 Terawatt Verbrauch ist das okay, dass der Rest wird mit Wasserkraft gemacht, hauptsächlich. Oder wir kaufen sogar Atomstrom aus Frankreich ein. Das ist also 40 Prozent, die wir hier durch Atomkraftwerke Strom erzeugen in der Schweiz. Ich habe hier eine Batteriebox. Ihr seht, wenn wir jetzt in Zukunft 175 Terawatt brauchen, das ist eine Zahl, wo ich nicht dran fangen kann, habe ich hier eine Notstromversorgung. Wenn ich hier den Stecker rausziehe, gibt es einen kleinen Unterbruch und ihr habt weiter Strom. Nur, das sind 1200 Watt. Kommen wir zurück zu den Atomkraftwerken. 175 total, also 60 haben wir momentan, brauchen wir rund 115 Terawatt Energie. Eigentlich relativ schnell in den nächsten 2, 3, 5 Jahren. Wenn wir ein heutiges Atomkraftwerk anschauen, ihr könnt zurückgehen auf die Jahresleistungen der jetzigen Atomkraftwerke, dann brauchten wir zwischen 10 und 12 neue Atomkraftwerke, die wir dann so nächsten 2, 3 Jahre ans Netz gehen sollten. Ich kann euch nicht sagen, wo momentan gebaut wird, aber ich denke, die Atomkraftwerke müssten jetzt schon im Bau sein, dass sie dann die nächsten 2, 3 Jahre ans Netz gehen. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann sehe ich drauf, dass wir einen Batteriespeicher brauchen. Ich mache euch hier ein Video, dass man mit dieser Box 3 bis 4 Stunden eine Ölheizung betreiben kann. Wenn ihr kalt habt im Winter und es kommt kein Strom mehr, wünsche ich euch viel Vergnügen, aber ich wünsche euch natürlich auch ein schönes neues Jahr und ein gutes nächstes Jahr und immer genügend Strom, weil man kann nie genügend Strom haben. Ich wünsche euch einen schönen Tag.